Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, für euch geht es gut da draußen. Es tut mir leid, Freunde. Ich habe mich jetzt gut eine Woche nicht bei euch gemeldet. Kein Video hochgeladen. Ich bin ehrlich zu euch. Ich war einfach nur faul. Ich hatte keine Ideen, was ich hochladen soll. Heute gibt es eine entspannte... Ich weiß gar nicht, ob es entspannt ist, aber es wird eine geile Reaction geben. Und zwar schauen wir uns heute Scooter Feed Finch an. Ich denke mal, ihr habt das Video oder den Track schon gehört. Ich noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ich versuche wieder regelmäßig jetzt Videos für euch zu produzieren, hochzuladen. Ich kann euch schon mal sagen, der Juli, also der Monat Juli, der wird richtig saftig, Freunde. Ich habe einiges bestellt an Deko-Sachen, an LED, das heißt Beleuchtung für DJ Streams. DJ Streams wird es natürlich auch wieder geben. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder einen guten Monat her. Ist aber da Flo ein bisschen schuld, weil er nie Zeit hat. Aber, Freunde, es wird geil. Es werden geile Videos kommen. Ich würde sagen, ich gönne mir jetzt noch einen Schluck Wein. Wir starten mit der Reaction. Und dann, let's go. Ich will jetzt keinen zum Alkohol verleihen, Freunde. Deswegen trinkt bitte keinen Alkohol. Aber so ein Glas Wein am Abend ist schon entspannt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein. Ich mache den Vollbild an und ich bin gespannt. Ich hoffe, die GEMA sitzt mir danach nicht im Nacken, weil das Ganze über Contour, also das Label Contour läuft. Und die haben ja die ganzen Rechte. Deswegen hoffe ich, dass ich zumindest das Video hochladen kann. Ich werde wahrscheinlich keine Werbeeinnahmen machen. Das heißt, ich werde keinen Cent damit verdienen. Ist mir aber auch ziemlich Jacke. Deswegen, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr den Track schon kennt, könnt ihr euch trotzdem diese Reaction anschauen. Und jetzt starten wir. Ich bin gespannt. Los geht's. Das typische Contour, äh, Intro. Also es ist schon mal ne, ne geile, äh, wie sagt man, ne geile Kombo. Scooter und Finch. Also Scooter ist ja eh schon, äh, übel Spacey. Und Finch, äh, ich glaube, dazu brauche ich nichts mehr sagen. Jojo, hi Finch. Hier ist HP. Ähm, ich habe mir nochmal so ein paar Gedanken gemacht. Wir brauchen auf jeden Fall noch ne Bass, 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 Trum, 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 Trum. Okay, was geht hier ab, Mann? Okay, der, der Track heißt der Bassdrum. Da geht das schon krass los. Are you ready to celebrate the Bassdrum? Ah yeah. Scooter. Yes. Finch. United. Wird safe wieder im Club laufen. Ähm, soweit die Clubs dann wieder offen haben. Aber ich denke mal, der ein oder andere DJ wird den Track raushauen. Ah, die, äh, die Vocal gefällt mir schon mal wieder, Freunde. Tick-Tock, ride around the club. Tick-Tock, Tick-Tock, nothing ever stopped. Ach ja, wer von euch hat den Tick-Tock? Ich habe es mir mal runtergeladen. Ich habe keine Ahnung, ob ich da jetzt aktiv werden soll oder nicht. Ihr könnt mir gerne mal folgen. Ich verlinke es euch unten mal in der Beschreibung. Und ich sehe gerade mein Mikrofon übersteuert. Gerade übertrieben. Deswegen ein bisschen leiser machen. Und weiter geht's. He is right, please. Tanging all the time. Tanging all the time. Oida, was geht denn da ab, Mann? Bass-Drum? Nur die Bass-Drum bleibt. 100 Stunden Action Kutterbunte Nächte Exzessive Zeit Jeder Tanz für sich, doch der Techno-Beat vereint Leute, ich muss noch mal kurz zurückspulen. Habt ihr das gesehen? Ähm, ich mit meinen Adler-Augen. Wo war's? Hier. Pioneer, DJ-Controller. Ähm, sehr, sehr geil. Vierkanal. Ziemlich teuer, aber sehr, sehr geil. Weiter geht's. Jeder Tanz für sich, doch der Techno-Beat vereint Bass, 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 trum, 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 trum. Altvertraute Menschen Feiern mit den Besten Augen zu, Kopf aus Und dann einfach mal vergessen Leben nur im Jetzt Stehs mit Leidenschaft dabei Alles hat ein Ende Nur die eine Sache bleibt Tick-Tock, tick-Tock Ride around the club Tick-Tock, tick-Tock Nothing ever stops Life keeps, night keeps Changing all the time Changing all the time Sein klassisches Mikrofon Die Stimme von ihm war Die ist Kult einfach Wenn ich den im Radio höre Weiß man sofort Oder generell wenn man ihn im Radio hört Weiß man sofort Wer er ist Yo, Gerwan ist das geil It makes you happy And you feel alright Bang, bang, Baxter Low diggity, diggity age People going crazy When I'm on stage Ich bin der Scooter, Mann Der alles kann Always hardcore Having fun In the club we use every inch When on the mic When on the mic It's Baxter and Finch Check this show okay yoga das hätte ich jetzt oder damit hätte ich jetzt nicht gerechnet schöner track natürlich viel bass drum natürlich aber kann mir irgendwer sagen moment hier wie heißt dieser typ ich habe den schon mal irgendwo gesehen ich weiß es aber nicht mehr woher deswegen gerne meine kommentare schreiben der kommentar bei der nachbarn fanden den song so geil dass sie ein stein gegen mein fenster geworfen haben damit sie ihn lauter hören können oder lauter hören jetzt weiß ich nicht ob der song auf tik tok also auf die app tik tok bezogen ist oder einfach nur keine ahnung auf jeden fall chilliger track zwei millionen views gut konnte hatte schon fast sechs millionen oder 5,5 millionen abonnenten aber bei scooter tracks gehen immer an die decke ich weiß jetzt auch gar nicht ob der in den trends war habe ich gar nicht mitbekommen ich bin auch ein bisschen spät dran fünfter sechster ist jetzt schon sieben tage drüber zwölf tage bin ich drüber aber trotzdem sehr sehr geiler track hier noch die lyrics bei scooter gibt es zwar immer den gleichen text aber die leute feiern es einfach und ich finde track geil entspannt wie gesagt wird auf jeden fall in den clubs laufen wenn die clubs mal wieder offen haben und genau ich melde mich wieder ab freunde ich hoffe euch hat diese kleine reaction gefallen ihr könnt mir gerne eure meinung zu diesem track in die kommentare schreiben und wie gesagt zeit gespannt auf die nächsten videos ich verspreche euch ich werde jetzt wieder ein bisschen gas geben mehr videos produzieren es wird jetzt auch wieder mehr über die controller geben es wird wieder mehr über die musik gehen das heißt tutorials und so weiter und im juli led deko beleuchtung etc werde ich euch in einem video vorstellen genau in diesem sinne danke fürs zuschauen freunde habt noch einen schönen abend oder einen schönen tag kommt auf an wann ihr dieses video seht wir sehen uns im nächsten video haut rein peace